Hello und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Loreload. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute machen wir höchstwahrscheinlich eine große Splittung und schauen uns im ersten Teil ein bisschen was an, was jetzt durch MOP Remix wieder reaktiviert wurde, könnte man sagen. Also auch hier in diesem Podcast haben wir ja immer wieder gesprochen über die Überbleibsel von Yasharaj, über das Herz, das Szenario in MOP. Und das haben wir vor allem getan, weil das sehr viele nicht mehr auf dem Schirm hatten. Wie auch diese Visionsphasen bei Ensoros mit Todesschwinge, Silvanas und Achara. Das sind alles Sachen, die wir ein Stück weit ausgraben mussten, wie das Herz selber eben. Und jetzt durch Remix haben das Leute direkt wieder gespielt. Ja, haben es zum ersten Mal oder wieder entdeckt. Und dadurch sind natürlich gewisse Ideen und Theoriefetzen ganz anders zusammengelaufen. Ja, das ist ja wie wenn wir hier in den Alpha- bzw. Beta-Folgen über die neuen Zonen gesprochen haben. Und über Theorien, die daraus eben erwachsen sind, so sind das erstmal Ideen und Theorien, die jetzt von einer beschränkten Masse aus der Community zusammengepuzzelt wurden. Sobald das Ding live geht oder viele jetzt in der Beta eskalieren, kommt da so viel Input dazu, dass man das immer und immer wieder ausgraben kann, weil es dann einfach neue Blickwinkel gibt. Heute also die erste Hälfte, spoilerfrei, was TWW angeht. Und in der zweiten Hälfte wollen wir dann so ein Stück weit reingehen in die Kampagne. Ja, denn sogar die Max-Level-Kampagne war ja in der Alpha schon testbar. Ich bin gespannt, wie es jetzt in der Beta aussieht. Und auch da gab es sehr interessante Erkenntnisse und neue Begebenheiten. Das erste Thema kam tatsächlich jüngst in unserem Discord im Lord-Channel auf. Wenn ihr da ein bisschen mitdiskutieren wollt, Inweit-Link ist in den Beschreibungen zu finden. Fühlt euch herzlich eingeladen. Und da hatte Zyklis die Kampagne in der Schreckensöde durch, mit dem Klaxi, wo wir eben diese Getreuen erwecken und ausgraben, wo wir viel über Kreisläufe, Zyklen, das alte Leben der Klaxi lernen und dann eben die Abneigung der neuen Wege der scharverdorbenen Kaiserin. Und ganz am Ende wird uns eben ihr Allerheiligstes geöffnet, ihr Heiligtum offenbart und Kirug der Windschnitter führt uns dann nach unten und erzählt so ein bisschen aus dem Heuschrecken-Nähkästchen, wie das denn eigentlich früher war bei den Klaxi. Und da wollen wir jetzt einfach mal reinspringen und uns diese Ausführungen ins Gedächtnis rufen. Wichtig dabei, das war tiefstes MOP, das war also auch vor den Chroniken, vor den Lügen der Titanen, vor den großen Kosmos-Offenbarungen. Wir müssen also durchaus aufpassen, was davon wir jetzt für bare Münze nehmen und auf aktuelle Bezüge ummünzen können und was eben damals von den Entwicklern einfach für die Lulz-mäßig abgesegnet wurde, weil es eben ganz gut zu dieser Storyline passt, ohne dann das größere Ganze, was sich Jahre später entfalten sollte, irgendwie im Fokus zu haben. Was aber auch nicht bedeuten muss, dass selbst wenn das ganze R für die Lulz passiert ist, nicht trotzdem aktuelle Bezüge kriegen kann. Also auch Geschichten rund um TWW kannst du ja so schreiben, dass die sich dennoch, auch wenn es damals nicht geplant war, mit dem Alten in Verbindung bringen lassen. Ja, es ist also immer so ein Drahtseilakt. Ein Drahtseilakt der Unsicherheiten, aber gleichermaßen der Möglichkeiten. Bevor eure Zeitrechnung begann, sagt er, war unser Reich riesig. Wir teilten die Welt mit unseren Schwesterreichen An-Kiraj und Asjol, Nero. Ja, da wird lustigerweise nur Asjol erwähnt. Wir wissen mittlerweile auch, die Neruba haben sich auch in anderen Ecken der Welt niedergelassen und dort ausgedehnt. Aber auch An-Kiraj und Asjol-Nero waren ja schon riesig. Also auch von Asjol selber, beziehungsweise dann An-Kahet, dem Schwester-Dungeon, wenn man so will, haben wir ja nur Bruchteile gesehen. Und das heißt, das Klaxireich, wo wir jetzt diesen einen Posten in Erschreckensöde haben mit ihrem Heiligtum und diesem großen Bernsplitter da in der Mitte, wo der Rat von denen ständig irgendwelche Rituale wirkt, also viel mehr ist ja nicht mehr übrig. Und wer weiß, ob nicht auch deren Reich zu Großteilen unter der Erde lag oder immer noch liegt. Wir werden ja in Zukunft auch ein bisschen tiefer buddeln. Darum würde ich eine Rückkehr der Klaxi auf jeden Fall sehr feiern, denn, wie wir vorhin besprochen haben, ging es auch bei denen viel um Zügeln. Ja, wir wurden von denen ja Erwecker genannt und wir haben ja deren größte Champions wieder ins Leben geholt, deren Haustierchen ausgegraben und gefüttert, bis sie groß und stark wurden und somit waren sie eben bereit, den großen Gefahren zu trotzen an unserer Seite. Naja, bis zu einem gewissen Punkt zumindest, die wir gleich lernen werden. Wir hatten viele mächtige Götter, erzählt er. Wir Mantis verehrten die sieben Köpfe des Yasharaj. Yasharaj, der, soweit wir wissen, größte und mächtigste der alten Götter, der, dessen Herz wir in M.O.P. finden konnten, der, der am Ende seine gesamte Herzsotsche über Garrosh-Höllschrei ergießen konnte und der, von dem jetzt nicht mehr viel übrig ist. Oder doch? Auf jeden Fall sieben Köpfe, immer so ein Thema, das wir mit Yasharaj verbinden. Da gab es zum einen dieses Zitat, ich glaube, aus der Puzzlebox des Yasharaj, von wegen, eine siebenköpfige Ziege starrt von draußen herein und ihrem Blick kann man nicht entkommen. Also zum einen dieses Kopf- und Augenthema über das Stachen, dann starrt sie von draußen, lauert er also auf seine Wiedergeburt? Soll das diese Schleier-Thematik sein? Ja, man weiß es nicht genau, aber dieses Motiv, das haben wir schon häufiger. Siebenköpfige, siebenäugige Ziege, ja, das sind so diese Punkte, wo man weiß, okay, Yasharaj, warum jetzt Ziege? Naja, auch wenn wir uns die Schar ansehen, die haben ja auch manchmal so seltsame Hörner und auch das Modell von Yasharaj haben wir ja schon in Hearthstone drin, da sind wir wieder bei Thema Nummer 1, ne, wie sehr dürfen wir Hearthstone trauen, aber bei den Modellen war es bei Ensorce ja ähnlich, darum können wir davon ausgehen, dass das passt und mit viel Fantasie kann man da ne Ziege sehen. Ja, das ist sie früher, wenn ich an die diversen Mythen und Sagen aus dem Harz denke, wo alles irgendwie ne Hexe ist oder ein Hexenhaus oder die Leute haben ne Ziege gesehen, wie diese eine bosshafte in jedem Streichelzoo, wo du gerade so ne Babyziege streichelst und dann kommt der Big Boss. Schwarze Ziege mit langem Zottelfell, 300 Hörnern, roten, leuchtenden Augen und sie speilt Feuer, ja, so hatte man das früher vermutlich im Gefühl, wenn dir die über den Weg gelaufen ist, ne, im Streichelzoo sind die ein bisschen gechillter, aber du spürst immer noch das Böse in ihnen und darum kann man diese Ziegenvergleiche durchaus nachvollziehen, wenn man jetzt nicht an die süße Babyzicke denkt, ne. Und so haben wir ja auch die Schar und ich glaube, wenn wir die durchzählen, dann waren es auch sieben. Ich meine, in Retail gab es dann sogar einen Erfolg, wenn man jedes Schar getötet hat, ne, des Stolzes, des Zorns und, und, und. Und darum passt das ja auch super zu seinen Überbleibseln, sein letzter Atemzug, der entsprechend seiner Köpfe, also diese Hauptschar, entfesselt hat. Macht also alles durchaus Sinn? Warum ich das so ausführlich nochmal erzähle, im Zeitalter der Lügen der Titanen ist es ja durchaus schön, mal auf mathematischer Durchzählebene durchaus was zu haben, was tatsächlich Hand und Fuß hat, ne. Da können wir uns also sicher sein, in diesen Bezügen ist das immer derselbe Jascharaj, was er vielleicht am Ende des Tages von TWW und der World Soul Saga auch immer werden wird. Das ist erstmal der, den wir gerade kennen. Der alte Gott war gewaltig und furchtbar war sein Zorn. Er verschlang Hoffnung und zeugte Verzweiflung. Wut nährte ihn und er erschuf Angst. Also auch hier wieder wichtige Elemente, die uns bekannt sind. Jascharaj, der alte Gott, war gewaltig. Er war der größte, der mächtigste der alten Götter. Darum hat Amantul ihn ja damals auch rausgerissen, wie wir glauben. Und auch die Emotionen, die angesprochen werden, Zorn, Wut, Verzweiflung, Angst, das sind auch alles Motive, die man mal mehr oder weniger direkt auf die Schar ummünzen kann. Und jetzt aber müssen wir an der Stelle schon einen Break machen, Freunde, denn diese Wut- und Zorn-Geschichte kommt uns ein bisschen vertraut vor, oder? Und am Ende wird euer glorreicher Zorn mein sein. Na hoppla, Wut nährte ihn und er erschuf Angst. Furchtbar war sein Zorn. Ist irgendwie nicht besonders weit weg von dem, was Xala hier erzählt und was der ganze Grund-Tenor von diesem Trailer war. Die große Frage ist jetzt nur, kann man das irgendwie sinnig verknüpfen? Also haben wir hier eine kleine Bestätigung dafür, dass Jascharaj und Xala doch viel miteinander zu tun haben. Damals eine der ersten Theorien von WoW selber gegeben, stand nämlich so in diesem Folianten in unserer Priesterklassenhalle in Legion, dass Xala-Tas womöglich aus der Klaue des alten Gottes Jascharaj gefertigt wurde. Also aus einer von vielen, nehme ich mal an. Und darum hat sie, ob sie will oder nicht, diesen Bezug, kann auf Teile seiner Macht zugreifen. Oder ist vielleicht selber einfach ein Splitter der Essenz von Jascharaj. Weil wenn du so eine Vorbotin, so ein mächtiges Wesen erschaffen willst, warum solltest du dann nicht einen Teil vom mächtigsten und größten der alten Götter nehmen? Und wenn der mit seinem letzten Atemzug wirklich das hervorgebracht hat, was wir als Schar kennen, dann will ich nicht wissen, was der ausatmet, wenn der noch am Leben ist. Oder ist es einfach so ein allgemeines Ding der Lehre? Ich meine, hier wurde es ja auch erwähnt in diesem kleinen Monolog. Er verschlang die Hoffnung und zeugte Verzweiflung. Wir wissen, die Lehre labt sich an deinen Emotionen. Weiß damit umzugehen. Kann darin sehr viel über dich herauslesen. Alleria, Vorsicht, du weißt. Und letztendlich endet das dann im Zorn. Im Zorn der Erkenntnis. Ja, weil du eine Seite von dir selber kennenlernst, die du eigentlich verachtest, weil du am Ende merkst, dass du nur kontrolliert wurdest oder weil die Lehre bewusst diese Art der Emotion zu nähren versteht. Sie nutzt also diese Verzweiflung als Nährboden, um dann anderes hervorzubringen. Also genau das zu tun, was ja auch über Yasharaj gesagt wird. Er verschlang und zeugte dann aus dem Verschlungenen. Also möglicherweise ist es einfach so ein leeren Ding, dass man in den verschiedensten Bereichen mit anlegen kann. Ich meine, die Verzweiflung, die Garosch dann säte, die können wir aktuell ja noch miterleben. Und egal, ob wir jetzt an andere Beispiele aus der Ära Jok-Saron, Loken und Ulduar denken oder in Richtung Enzors und Achara, da kommt es dann am Ende immer ein bisschen drauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Aber da ging es auch irgendwie immer um Hoffnung. Und am Ende war schon eine Menge Verzweiflung dabei. Nun haben wir ja aber gerade bei diesem Verschlingen- und Erzeugen-Aspekt dieses dunkle Herz dabei. Diese Maschine, die Xanatas in ihren Händen hält und die, soweit Aleria uns erzählt hat, Energie jeglicher Art absorbieren und in leeren Essenz umwandeln kann. Und auch das passt irgendwie ganz gut zu diesem Prinzip, was wir gerade beschrieben haben. Also ist das einfach reine Lehrentechnik oder ist ein Teil von Yasharaj da drin gespeichert? Ja, das ist wie so ein Phylakterium bei einem Lich, so wie möglicherweise Teile von Enzors im Dolch-Xalatas konserviert sind. So ist in diesem dunklen Herz ein Teil von dem gespeichert, was Yasharaj ausgemacht hat, nämlich dieser Umwandlungs- und Ermächtigungsprozess. Züchten wir also einfach Yasharaj 2.0 und brauchen deswegen so viel Energie? Tja, wir kennen das wahre Ziel von Xalatas immer noch nicht. Wir können es mittlerweile ein bisschen eingrenzen, auch aufgrund dessen, was der Raumgänger so erzählt hat. Diese ganze 10-2-7-Kampagne, die findet er übrigens auch noch mal kommentiert, gespielt und geschnitten in der Dragonflight-Kampagnen-Playlist auf meinem YouTube-Kanal. Und dennoch ist so dieser eindeutige rote Faden, wie wir es eigentlich gewohnt sind, noch nicht zu erkennen. Dennoch sind das aber, wie ich finde, sehr interessante Bezüge und Gemeinsamkeiten. Und wenn man dann Bock hat, den ganz großen Aluhut aufzusetzen und hinterfragt, warum es jetzt M.O.P. Remix geworden ist und nicht W.O.D. oder T.B.C.? Tja, dann vielleicht, um uns all das noch mal ins Gesicht zu knallen. Vielleicht Remix neben der Beschäftigungstherapie und dem passenden Timing zu der Classic-Ära, wo wir jetzt ja Cutter haben, als nächstes M.O.P. wäre, ne? Wollen sie uns hier also die Story noch mal reaktivierterweise ins Gesicht schmeißen. Und soweit wir wissen, sind die alten Götter ja von den leeren Fürsten geschaffen worden, indem sie einfach sinnbildlich gesprochen, in die Leere geriffen, mit ihrer Macht da schön ein paar Förmchen draus dreht, wie früher mit so Plätzchen ausstechern beim Backen mit Muddi. Und dann haben sie die durch den Kosmos geschleudert, in der Hoffnung, dass sie irgendwo einschlagen, wo sie eine Weltenseele finden und verderben können. Sie brauchten also eine Menge leeren Energie, um diese Wesenheiten zu schaffen. Und Xalatas hat in ihren Händen einen Konverter, ja, der nicht nur deine Dateien entsippen kann, sondern dann auch MP4 in Yasharaj konvertiert. Also da passen schon viele Puzzleteile zusammen. Aber wir wissen gerade bei Blizzard und insbesondere bei der Lehre mit den vielen, vielen Möglichkeiten, ist das dennoch erstmal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Trotzdem aber so viel Yasharaj momentan wieder. Und das mit der Klauenvermutung, dass daraus der Dolch geschaffen wurde oder doch auch die Wesenheit gleichermaßen, das haben sie auch nicht umsonst in diesen Folianten geschrieben. Also irgendwo muss da eine große Connection sein. Kommen wir aber erstmal zurück zu dem, was unser Kilrück der Windschnitter erzählt, als er uns tiefer ins Heiligtum der Klaxi führt. Als die Eindringlinge kamen, die, die ihr Titanen nennt, wurde Yasharaj zerstört. Sein letzter grausamer Atemzug sucht seitdem dieses Landheim, aber die Schatten, die er zurückließ, sind nur Bruchstücke seines einstigen Ruhms. Ich erzähle euch dies jetzt, denn ihr habt euch die Warnung verdient. Eure Götter sind nicht unsere Götter, Fremdling. Wenn die Alten je zurückkehren, werden wir Mantis erneut an ihrer Seite stehen. Die Weisesten von euch werden das Gleiche tun. Ja, die Zerstörung von Yasharaj relativ unpräzise, aber gut, wenn mein Gott zerlötet werden würde, würde ich da auch ungern im Detail drüber sprechen. Ansonsten nochmal der Hinweis mit dem Schar, der letzte Atemzug, der diese Ländereien nun heimsucht. Und, ganz klare Ansage, Ja, wir sind ehrfürchtig bei denen geworden. Wir haben ihre Haustierchen gefüttert, ihre Getreuen ausgegraben, den Krieg an ihrer Seite zu ihren Feinden getragen. Aber, wenn die Alten rufen, dann werden wir an ihrer Seite stehen. Das ist ja auch das, was Xalatas letztendlich tut, ist zu dem Neruba-Königreich in TWW und hat gesagt, So, Freunde, wird Zeit, sich an alte Schwüre zu erinnern. Zack, und schon stand ein großer Teil hinter ihr. Und das sagt ja auch ganz klar unser Chirurg. Und wenn ihr weise seid, dann macht ihr dasselbe. Und dieses Zurückkehren ist natürlich nach wie vor ein Motiv, was jetzt hervorragend passt, auch zu teilen von dem, was wir heute schon besprochen haben, die siebenköpfige Ziege, die von draußen aus zuseht, die nur auf ihren Moment wartet. Ja, dann sind wir wieder in MOP. In diesem Szenario, wo wir das Herz ausgraben, wo dann Yasharaj Besitz von diesem Goblin ergreift. Und wenn wir den umhauen, sagt Yasharaj, ich schlafe nur. Dann kam später in Sors um die Ecke, sagte, alles, was schläft, wird erwachen. Alle Augen werden sich öffnen. Nialothar, der finale Raid von BFA, die Domäne, wo wir in Sors dann bekämpft haben, die hieß zunächst die schlummernde, die schlafende Stadt, wurde dann zur Stadt der erwachten Schrecken, also dieses Augen-Aufwachen-Sehen-Motiv, bedeutet höchstwahrscheinlich nicht nur, hey, schaut mal, wir haben viel mehr Augen als ihr, wir sind so cool, sondern könnte auch mit dem Tod und dem Wiedereintritt ins Leben zu tun haben. Der Schlaf, also einfach nur der alte Gott, der verbannt, der gefesselt, der getötet ist, aber der wieder erwachen wird. Ja, so will es die Prophezeiung, so will es die Zukunft, die Lehre, ist das in dem Fall alles das Gleiche? Man weiß es nicht genau, aber das sind ja Themenbereiche, über die wir schon sehr, sehr lange quatschen, gerade auch in Bezug auf diese Schleierthematik, gerade auch, seit wir Ende Shadowlands von den Zerrets gelernt haben. Jede kosmische Macht hat ihre Zerret, Zerret Mortis für den Po, Zerret Umbra für die Lehre, Zerret Luminos für das Licht und so weiter und da wir das kosmische Gleichgewicht haben, muss dann ja auch jede so art ähnliche Nachlebensdomänen haben, wie wir es in den Shadowlands kennengelernt haben. Ja, und demnach, wer weiß, ob da nicht auch wie im Algenwald, ja, irgendwie so eine Regeneration stattfinden kann und schwupp, da sind wir wieder oder wie bei den Dämonen, ja. Das ist ja etwas, was irgendwie von den anderen auch übernommen werden muss, sonst hätten ja die Mächte, die das als Eigenheit besitzen, den Kosmos schon lange dominieren müssen. Weil egal, wie heftig dein Diener ist, wenn der Gegner immer und immer wieder kommt, naja, dann wirst du entweder wahnsinnig, das kann die Lehre schon alleine, oder du musst es eben auch können, um Widerstand zu leisten. Und möglicherweise hat Xalatas natürlich eine direkte Verbindung zu Dimensius und Azeroth schreit, weil sie weiß, der Lehrenfürst kommt, um sie zu ernten, ja. Oder aber, das ist die andere Option, Xalatas versucht, Yasharash wiederzubeleben, sich selber mit der Macht von Yasharash zu buffen, ihre eigentliche alte Form wiederzuerlangen, dies zu entfesseln, was auch immer dies dann ist. Dann Azeroth selbst zu verderben, sie ist ja schon sehr weit unten, müsste ihre Tentakel dann gar nicht so weit mehr ausstrecken. Und dann, wenn Dimensius kommt, ihm quasi den fertigen, leeren Titan präsentieren, dann können die sich umarmen. Eigentlich will der leeren Fürst nur eine Umarmung. Träne wegwisch. Ja, so könnten wir jetzt gemeinsam drei Stunden weiterreden. Ja, weil das immer möglich, 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 da hinten hat noch wer eine crazy Idee, möglich, möglich, der alles aufgebaut auf diesem wackeligen Fundament, also, das haben sie insane gut und super passend zur Lehre geschrieben, aber auch das macht mich langsam wahnsinnig, dennoch Bezüge, 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 damit können wir auf jeden Fall arbeiten und da sehen wir, wie lang sich diese Fähler Heden oder Tentakel schon durch die Story erstrecken und wie viele Zusammenhänge da wirklich über diverse Zitate mittlerweile zusammenlaufen. Und natürlich war es das noch nicht, es kam, wie es kommen musste, die Klacksi hatten es prophezeit, Garosch hat ein schönes Unboxing vom Herz von Jascharasch gemacht und sich dort wupp oben an die Decke gehängt, andere hängen Bilderrahmen auf und Garosch denkt sich das Herz, Junge, das ist es, jawohl. Und dieses Herz war dann frei genug, um die Klacksi also zu rufen, an diesen Schwur zu erinnern und die hatten ja auch selber Bock drauf. Und so stellten sich tatsächlich als vorletzter Boss in der Schlacht um Orgrimmar genau die Klacksi in den Weg, mit denen wir bisher so toll gequestet und gekämpft haben und wenn wir die dann tatsächlich umhauen, dann sagen sie, wir werden uns wiedersehen, Werbung Freunde, ich habe schlechte Nachrichten. Alte Götter würden vermutlich kein Holy trinken. Wäre sicherlich eher was für Turalion. Die gute Nachricht ist aber, mehr Holy für uns. Wenn ihr euch also bestmöglich auf das nächste Add-on vorbereiten wollt, warum dann nicht mit einer gehörigen Portion leeren Resistenz? Die Freunde von Holy versuchen dabei, uns so zuckerfrei wie möglich durch den Sommer zu kriegen. Das schaffen sie beispielsweise mit immer neuen Editionen wie den aktuell alkoholfreien Cocktail Editions oder altbewährten wie Traube, Kaktusfeige und Granatapfel. Alle Sorten, ganz egal ob Eistee, Energy oder Hydration sind super schnell angerührt und mit Sicherheit ist auch für euren Geschmack was dabei. Gerade für Neueinsteiger bietet Holy wunderbare Testpakete mit einem eigenen Shaker und 14 Proben, wo ihr euch munter durchtesten könnt. Wenn ihr also Bock habt, schaut mal beim Link in der Beschreibung vorbei und spart mit meinen Codes Kraft für 10% oder Kraft 5 für 5 Euro Neukundenrabatt auch noch ordentlich auf eure Bestellung obendrauf. So, Freunde, sind wir im zweiten Teil der heutigen Folge angekommen und ab hier wird es wieder ein bisschen Spoiler-lastiger, denn wir reden über die Maximalstufen-Kampagne von der TWW Alpha oder mittlerweile Beta, wie auch immer. Wenn ihr also spoilerfrei bleiben möchtet, dann muss ich euch an der Stelle bitten, eure Ohren zu schließen und vielleicht diese Folge in irgendeinen Ordner zu packen, sodass ihr die später zum Release nochmal nachhören könnt, wenn ihr den wollt. Es sei denn, euch geht's wie mir und ihr habt mehrere dieser Ordner mit je 100 Videos drin und ab und zu guckt man so rein und macht die dann ganz schnell wieder zu. Aber hey, der Versuch, der zählt. Oder? An alle, die noch da sind, herzlich willkommen zum TWW-Spoiler-Teil. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir auch schon darüber gesprochen, dass man ja einige Kampagnen strenger anspielen konnte, haben da einiges schon in dieser Geschichte der Neruber in die letzte Zone Aschka-Hed mit eingewoben und starten allerdings in der Kampagne selber ein bisschen früher. Und zwar können wir da genau an das Finale von Aschka-Hed anknüpfen beim Durchquesten, denn wir sind mit Alleria und Anduin aus der Stadt vor Xalatas und den gegnerischen Nerubern geflohen. Ja, und dann stellen die beiden fest, hey, wir sind jetzt so tief gemeinsam in die Erde vorgedrungen, vielleicht sollten wir uns oben mal wieder melden. Ja, also die Zwerge, die uns ja ursprünglich aufgenommen haben, die sind in Teilen mitgekommen, da hatten wir ja diese Geschichte in den schallenden Tiefen, aber dann ging es ja mit Alleria und Anduin zu den Arati, die ganze Haiesturz-Geschichte, dann rüber ins Neruber-Königreich und, und, und. Ja, und so haben wir uns erinnert, dass ja Jaina und Thrall eigentlich auch noch unterwegs waren, um Verstärkung zu holen und um all das sollten wir uns ja auch mal wieder kümmern und dann eben Informationen austauschen. Also fliegen wir schön von den tiefsten Tiefen wieder ganz nach oben auf die Insel von Dorn und sprechen dort mit unseren Zwergenfreunden. Wir berichten, wir tauschen aus und wir sehen, Horde und Allianz sind tatsächlich angekommen. Von Gejara, der Anführerin der Magar-Orgs bis zu Turalyon persönlich, Padraktür, die mit rumspringen und, und, und. Alles ist auf einmal viel belebter in dieser Stadt. Eigene Botschaften werden eingerichtet und im Gasthaus bei den Zwergen findet man sogar Wildhämmer, Dunkel-Eisen-Zwerge und Bronzebärte, wie sie mit den Irdenden einen Heben, also wunderbare Entwicklung in meinen Augen. Und Horde und Allianz doch über diese Botschaften wieder stärker getrennt, als man es jetzt vielleicht erwartet hätte. Aber man merkt direkt so ein paar Spannungen, also Turalyon ist nicht besonders gut auf die ganzen Orks zu sprechen und die sehen schon ein, dass sie zusammenarbeiten müssen, aber es wird im späteren Verlauf so ein paar Passagen geben, wo man sich denkt, oh, oh, also ein falscher Schritt, ja. Ein Beispiel dafür wäre auf dem Ausbildungsgelände der Irdenden. Viele von denen sind ja jetzt auch erst so richtig erwacht und haben gar keine Aufgaben mehr, um die sie sich kümmern können, so wie früher unter der Titanenkontrolle, unsere ediktgebundenen Freunde und die freien Zwerge, ihr erinnert euch, und darum müssen wir die erstmal trainieren, neue Aufgaben für die finden und was könnte da besser funktionieren, als wir nehmen ein paar Offiziere von Allianz und Horde mit Langerweile und peitschen die durch ein ordentliches Bootcamp durch. Das Ganze wird beaufsichtigt von Gejara auf der Hordenseite, die sich gemeinsam mit Lejadrin um die neuen Rekruten kümmert und auf der Alli-Seite sind es alte Veteranen wie ein Turalion und ein Trollmann. Und Gejara und Turalion überwachen das Ganze von einem Hügel aus, mittendrin stehen auch so ein paar Aufseher der Irdenen und die hören die ganze Zeit mit an, wie die beiden sich kappeln und wenn wir nur in Hörweite sind, dann fragen die so ein bisschen nach, hä, ist das immer so, wie könnt ihr überhaupt zusammenarbeiten und machen sich fast so ein bisschen drüber lustig, sagen dann aber auch, ey, was ihr da habt, das kennen wir. Erst lachen die und dann sagen sie, shit, gar nicht so lange her, da waren wir auch die Freien und die Ediktgebundenen. Ist jetzt nicht unbedingt umzumünzen auf Allianz und Horde, aber da werden so ein paar Parallelen gezogen, doch auch mit einer Menge Witz dabei und man merkt, dass Horde und Allianz sich noch nicht ganz so angenährt haben, zumindest auf der Story-Ebene, wie man es vielleicht häufiger auf der Gameplay-Ebene dieser Tage präsentiert bekommt. Genauso gibt es aber natürlich auch Gegenbeispiele, vielleicht erinnerte euch an die ein oder andere Nebenquest aus 10.2, wo sich ja Chandris von den Nachtelfen und Lilian Vance von den Verlassenen angenährt haben und Lilian tatsächlich ganz neue Charakterzüge präsentieren konnte und wirklich eine Politik der Annäherung versucht hat, sodass diese beiden am Ende sogar sowas wie Freundinnen werden konnten, was vor einigen Jahren völlig undenkbar gewesen wäre und diese Lilian, die geht jetzt auf Alleria zu, denn Alleria wird im weiteren Verlauf auf die Idee kommen, eigentlich wieder nach unten in die Tiefen zu müssen, nachdem ihr jüngster Moment der Schwäche noch nicht so richtig verheilen konnte. Ja, also das beschäftigt sie immer noch, wieso sie bei Xalatas so die Kontrolle verloren hat und fast uns als Champion, Anduin und sich selber das Leben gekostet hat und das spürt Lilian, bilde ich mir ein und deswegen kommt sie kurz, bevor Alleria mit uns aufbricht, auf uns zu und sagt, oh Alleria, ich sehe, ihr habt super viel zu tun, dann muss ich wohl gehen, ich bin ja auch die Spionagemeisterin hier, ich arbeite in den Schatten, ich mache das schon und bevor Alleria irgendwas sagen kann, ja, ist Lilian mit uns schon losgegangen und entweder hatte sie einfach echt Langeweile und wollte los oder das war so ein ähnlicher Moment wie mit Chandris, würde ich auf jeden Fall sowohl Liliens Charakterentwicklung als auch Alleria in diesem Moment gönnen und da sind dann diese Grenzen, hey, die mehr oder weniger Frau von Turalyon und so weiter, ne, das ist dann alles doch nicht mehr ganz so spannend. Fände ich aber overall ganz cool, diese Entwicklung, wir helfen den Irdenen jetzt aus der Patsche und dafür zeigen die uns, wie man gemeinsame Sache machen kann. Während all dem kommt auch die gute Moira auf uns zu und sagt, hey, Champion, ich bin hier jetzt als Fraktionstante so ein bisschen beschäftigt, aber vielleicht könnt ihr mir ja helfen und mal nach meinem Sohn sehen, der ist nämlich schon wieder irgendwo auf Erkundungstour und zuletzt hat sie ihn wohl gesehen in dieser Erinnerungskammer. Wir erinnern uns, dieser heilige Raum wie so eine große Bibliothek, in dem wir die Erinnerungen der Irdenen speichern. Ja, die haben ja so gesehen alle einen USB-Stick im Ohr und wenn die sterben, dann wird er rausgezogen und in dieser Kammer eben abgespeichert und mittlerweile wissen wir ja eindeutig, dass das Ganze mit titanischen Machenschaften zusammenhängt und mehr oder weniger eindeutig ist in Questtexten bisher durchgeblitzt, dass auch nur Erinnerungen gespeichert werden, die den Titanen irgendwie nützlich sind. Ja, also offenbar nicht, dass du so und so oft zu Lebzeiten dein Kätzchen umarmt hast, sondern so und so oft zu den Titanen gebetet hast und ihren Schrein poliert hast oder irgendwelche Zahnräder geölt hast, die dann den Fortbestand der Maschinerien gesichert haben und genau so sind ja die Irrenden mittlerweile dabei zu verfallen. Deren Akku geht langsam leer, weil ja auch die Maschinen nicht mehr betrieben werden können mit denen, die früher wieder hergestellt wurden. Ja, wenn einer irgendwie zu alt wurde oder dem Mann arm abgefallen ist oder so, dann kamst du eben rein in diese Titanenmaschinen und dann bist du wieder neu zusammengesetzt worden und dabei wurde auch sichergestellt, dass du keine doofen Gedanken hast, treu zu den Titanen stehst und wenn das alles gepasst hat, dann durftest du diesen regelmäßigen TÜV erfolgreich bestehen und dann konntest du deine Aufgaben wieder aufnehmen und all das läuft natürlich schon mit einem sehr kritischen Blick unsererseits weiter und hängt natürlich auch irgendwie als dunkle Gewitterwolke über der ganzen Kultur, Zivilisation und auch diese Erinnerungsbibliothek der Irrenden. Weil wie viel Wert haben diese Erinnerungen dann noch, wenn sie im Vorfeld aussortiert und kontrolliert wurden? Ah, da müssten wir jetzt also irgendwo einen Durchbruch in die Wand hauen und hoffen, dass wir dann sowas finden wie den zweiten Teil von Uldaman. Dort haben wir ja vor gar nicht allzu langer Zeit diese Bücher gefunden, von denen wir heute noch jedes Mal reden, wenn es um Odin, die Lügen der Titanen, Zeret Ordos und so weiter geht. Und ihr werdet es nicht glauben, was wir gefunden haben. Denn zusammen mit unserem Dagram und der Sprecherin Brinte, das war die Zwergendame aus dieser schallenden Tiefenstory von der zweiten Zone, wo wir ja diesen Kollegen hatten, der mit Salatas gemeinsame Sache machte, den haben wir dann abgesägt und Brinte hat seinen Platz eingenommen. Ja, mit diesen beiden entdecken wir einen jetzt aktiven Teleporter, den wir benutzen und in etwas geportet werden, das genauso aussieht wie die uns bekannte Herzkammer unter Sillitus. Wir sind unter der Insel von Dorn und sind in einer riesigen Titanenkammer, die da heißt, die Kammer der Erinnerung. Es sind natürlich erstmal alle völlig aus dem Häuschen, ja gar nicht so lange her, da hätte es niemand gewagt, diesen Teleporter auch nur schräg anzusehen, wenn man den gefunden hätte, egal ob inaktiv oder aktiv und Dagram ist dabei fast den ganzen Boden abzulecken, ja, um jede Faser dieser Kammer irgendwie in sich aufzunehmen und dann atmen wir aber doch erstmal durch und gucken, was wir hier eigentlich haben und allzu viel können wir natürlich noch nicht in Erfahrung bringen, denn die Sprecherin sagt uns, hey, das wird wohl noch eine ganze Weile dauern, bis wir hier wirklich Informationen rausbekommen. Der Klassiker, also Kammer gefunden, gehört da möglicherweise auch ein Wächter dazu. Erfahren wir hier, wer dieser Dorn ist, nachdem die ganze Insel benannt wurde oder was ist der Zusammenhang von diesen Kammern. Wir kennen jetzt die Herzkammer, wir haben jetzt hier die Kammer der Erinnerung, also ist das dann quasi das Gehirn, gibt es noch eine Nieren-, eine Lungenkammer und müssen die vielleicht alle intakt sein und laufen, damit Azeroth sich manifestieren kann. Ja, als würde man Organe transplantieren. Wir kriegen wirklich nicht viel mehr gesagt. Also durchaus naheliegend, dass diese Kammern natürlich einem gewissen Prinzip folgen, aber ob das jetzt gut für Azeroth, schlecht für Azeroth, gut für uns ist oder wie auch immer, tja, da werden wir wohl noch eine Weile warten müssen. Das Einzige, was wir Stand jetzt noch machen, ist, wir können auf die Konsole vom Zentralarchiv zugreifen, dort manifestiert sich dann eine titanische Kugel und die Beschreibung von der lautet, diese Konsole sprüht nur so vor Leben und zeigt dieses anhand von wirbelnden Mustern und lebhaften Edelsteinen, die durch eine geheimnisvolle Energie pulsieren. Sie ist von einer schimmernden Aura der Macht umgeben. In ihrem Mechanismus, einer Sinfonie aus surrenden Zahnrädern und tanzenden Glyphen, hört man das Leben. Also ich bin mir unsicher, ob sie hier wirklich die kosmische Macht des Lebens meinen, ob eine jede Kammer auch eine jede Macht beherbergt, die quasi bei Bedarf in Azeroth injiziert werden kann. Wäre definitiv auch ein interessanter Call, aber ich denke vielmehr, dass sie auf Azeroth selbst anspielen. Unsere Weltenseele, die jetzt mächtig pulsiert, auch diese Art Aura der Macht, von der sie hier sprechen, als wären unsere Aspekte gerade wusch, da mal wieder gesegnet worden durch eine Welle Azerid. Also das würde, denke ich, in diesem Zusammenhang mehr Sinn machen, aber wir können diese Kugel nicht aufknacken, die redet auch nicht mit uns, aber wir haben diese neue Kammer gefunden im ersten Kapitel, also das große Zusammentreffen von Horde und Allianz, das Wiederfinden von Dagran und das Entdecken dieser neuen Kammer genau unter den Füßen der Zwerge. Danach starten wir ziemlich unvermittelt ins zweite Kapitel, denn unsere Zwergenfreunde haben weiterhin große Probleme, denn die Sturmkrähenreiter, ihre eigentlich stärkste Fraktion, was jetzt die kämpferischen Kollegen angeht, die hat so unfassbare Verluste erlitten. Wir haben noch genau eine Handvoll von Sturmkrähenreitern und wir haben auch kaum noch Sturmkrähen, also irgendwie nur noch eine, denn super viele Zwergenreiter haben bei der Verteidigung der Insel ihr Leben gegeben, haben sich geopfert, sind in die Fronten der Neruba gekracht oder sind ja sogar in diesem einen Dungeon dann selber der Verderbnis der Lehre zum Opfer gefallen. Wir erinnern uns an die Zwerge mit den Hirnchen und an die Sturmkrähen, die sonst sehr wunderbar blitzend blau daherkommen und dann auf einmal lila worden. Das ist nicht so gut gelaufen, da sind wir ja auf Notschlachtungsmanier einmal durchgezogen und wir Champions von Azeroth lassen ja ungern die Köpfe auf den Schultern. Dementsprechend nimmt Thrall jetzt das Ruder in die Hand und versucht diesen Kollegen mit uns an seiner Seite zu helfen und wir kriegen raus, aha, es gibt ein uraltes Ritual. Dafür muss man sich auf einen riesigen, von Gewitterwolken umgebenden Berg begeben und dort dann den Himmel anrufen, um diese Verbindung zwischen neuen Reiterrekruten und davon haben wir einige und eben diesen Sturmkrähen herzustellen. Und da rümpft Thrall schon so ein bisschen die Nase und denkt sich, aha, das klingt ja irgendwie ein bisschen vertraut. Und tatsächlich kriegen wir dann natürlich den Kontakt zu dem Zwerg, der dieses Ritual durchziehen könnte. Und der sagt aber, mir fehlt noch was ganz Wichtiges, nämlich eine Leitung. Und so machen wir uns auf den Weg, um diese Leitung zu suchen. Ja, was will er? Kupfer, Glasfaser, keine Ahnung. Und was wir finden, ist so eine Art geschnitzter kleiner Pfahl. Ja, aus Stein gehauen. Gut, vielleicht weniger geschnitzt, ich glaube mit so einem Taschenmesser. Da kommst du da bei so dickem Stein nicht so weit. Und das präsentieren wir dann und sagen, hier ist das eure Leitung. Und Thrall kriegt ganz große Augen, weil was ist diese Leitung? Naja, es ist ein Totem. Und die kanalisieren natürlich die Macht des Windes, rufen Sturm und Donner an, der sich quasi in diesen Sturmkrähen manifestiert. Und dann stellen die eine Verbindung her, so wie ein Schamane mit den Elementen. Super witzig, unseren orkischen Green Jesus dabei die ganze Zeit zu beobachten. Vor allem jetzt, wo wir durch die neueren Trailer ja wissen, dass er offenbar immer noch so ein paar Probleme hat, mit den Elementen richtig klar zu kommen. Die hat er ja damals verloren, als er die urtümlichen Elemente Drenors bändigte, um Garrosh Höllschrei im alternativen Drenor eben zu richten. Und eigentlich ist das ja nicht, wie Schamanismus funktionieren soll. Du rufst die Geister an, du baust eine Verbindung zu denen auf und dann helfen sie dir. Wenn du sie aber zwingst und gerade auf Drenor, wo die Elemente eben viel wilder waren, wo diese Annäherungsphase viel schwieriger gewesen wäre und die hat Thrall einfach geskippt und Garrosh komplett weggeröstet mit einem Blitz in dieser Erdhand, die ihn festgehalten hat. Und danach haben eben sämtliche Elementare gesagt, ey, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und dann folgte Sinneskrise auf Sinneskrise, bis dann Thrall ja in Torgas in Shadowlands gefangen genommen wurde. Und in der Stunde der größten Not kamen ihm dann doch die Elemente zu Hilfe. Er konnte seine Gegner mit mächtigen Blitzen wegschocken und sich befreien, bevor die ihn getötet hätten. Und er konnte uns ja dann im Bosskampf gegen Sivanas sogar solch löchrige Erdbrücken herbeirufen, ja, sodass wir da von Plattform zu Plattform laufen konnten. Und da hatte man eigentlich das Gefühl, hey, er hat sich jetzt wieder mit den Elementen angenähert. Aber offenbar ging es denen da auch nur darum, dass Thrall und wir nicht vollends verrecken, war dann eher so ein, ja, lieber dem jetzt helfen, als dann Sivanas gewinnen lassen vielleicht. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall scheint er jetzt wieder ordentlich rumzustruggeln und sieht darin natürlich die Chance, jetzt diese Zwergin, die das Ritual durchführt, zu führen, ja, und vielleicht dadurch auch seine Verbindung wieder ein bisschen stärken zu können. Ziemlich niedlich gemacht. Da ist er dann der weise Oberlehrer und muss irgendwie versuchen, ihr das beizubringen, jetzt in kürzester Zeit, obwohl die gar nicht weiß, was Schamanismus eigentlich ist. Perfekt. Ja, wie sollte es anders kommen? Wir haben erfolgreich diesen großen Berg erklommen, sind ganz nah an diesen dichten Gewitterwolken und sie stellt eben ihre Leitung, ihr Totem hin und ruft den Sturm an. Da ist sie noch ein bisschen ungeübt. Das bedeutet, es geht auch einiges schief. Wir müssen sie dann verteidigen vor anrückenden, elementaren und diversen ermächtigten Wesenheiten, die einfach auf diesem Berg lebten und jetzt, bam, vom Sturm erfüllt sind und nicht klarkommen. Ja, und dank Thralls Bemühungen und seinen Worten, die er an sie richtet und seiner jetzt spontan aufgenommenen Lehrtätigkeit. Ja, damals war er ja in der Schamanenausbildung bei Agra, die dann seine Frau wurde und jetzt hat er das quasi übernommen. Also er hat wirklich die besten Voraussetzungen, um da ein guter Mentor zu sein und so lenkt er sie ausreichend, erklärt, wie sie auf die Stimmen hören muss und dieses ganze Prinzip der Harmonie, eins mit den Elementen sein und am Ende gibt es eine riesen Explosion und zack, haben wir wieder einen Haufen Sturmkrähen und die neuen Reiter, die neuen Azubis können sich quasi warm machen. Und auch da haben wir natürlich die perfekten Mentoren parat, vielleicht ahnt ihr es bereits, es kommen die Wildhammerzwerge an. Na klar, die, die schon seit jeher mit den Greifen verbunden sind, die, die die Lüfte dominieren und die nehmen sich dieser Azubis an. Wir selber dürfen natürlich auch fleißig mitfliegen, ist so ein bisschen im Stile von Drachenrennen gehalten, diese nächste Kampagnen-Sektion und keine Sorge, wer da nicht so Bock drauf hat, wer damit nicht so klar kommt. Selbst in der Alpha hatten wir schon die Option zu wählen, ob wir einfach mitfliegen wollen, dann steuert der Greif die ganze Zeit automatisch oder ob wir selber fliegen möchten. Ich kann euch das selber fliegen aber nur wärmstens ans Herz legen, das zumindest mal zu probieren, denn Fallstead macht uns hier wirklich für den Kampf bereit und wofür sind die Wildhammerzwerge noch bekannt? Für ihre Sturmhämmer, die sie wirbeln, nach vorne krachen lassen, Blitze entfesseln, wieder auffangen, bam, uppercut. Und da sind sie ja wirklich Meister ihres Fachs. Und wir lernen ein Manöver, wo wir immer, wenn wir diese Fähigkeiten nutzen, mit der wir aufsteigen mit unserem Drachen, um an Höhe zu gewinnen, wo wir wirklich Blitze nach vorne schießen, quasi unsere Krähe so ein Stück weit entladen. Wir lernen also tatsächlich den Kampf in der Luft. Die Kriegsvorbereitungen laufen also im Allgemeinen auf Hochtouren. Wir haben unsere Truppen mobilisiert von Allianz und Horde, machen jetzt die Irdinnen fit, sowohl zu Boden als auch in der Luft, lernen währenddessen wieder von deren Kultur, deren Bräuche und Gegebenheiten kennen. Also es ist nach wie vor wunderbar verbunden alles. Ja und so schließen wir dieses Kapitel erstmal ab und haben gelernt, es läuft bei uns. Ja, das wird bestimmt während der Kampagne so bleiben. Also ein, zwei Chapter konnten wir noch anspielen. Da werden wir in einer der weiteren Folgen drüber zu reden haben und einiges wird natürlich in den Schatten bleiben. Ja, so alles, alles, auch gerade Sequenzen und so weiter, die haben wir natürlich noch nicht serviert bekommen. Aber soweit finde ich, ist das ein sehr schöner thematischer Einstieg gewesen und auch eine tolle Integration von unseren bereits bekannten Charakteren. Eine Sache hat mich in letzter Zeit gerade diese Elementar- und Thrall-Geschichte betreffend ein bisschen sauer aufstoßen lassen. Und da habe ich leicht auch in meiner Analyse zu einem der letzten Trailer drüber gesprochen. Und da meinten dann einige in den Kommentaren Dankeschön, dass du das mit diesem Makura, diesem Duell um Ehre auf Leben und Tod nochmal so klar angesprochen hast. Denn es gibt anscheinend viele Leute, die irgendwie immer noch glauben, dass Thrall damals betrogen hat im Kampf gegen Garrosh. Und das kann man vielleicht glauben aus unterschiedlichen Gründen. Aber ich habe dann immer auf einen Tweet, auf einen Social Media Post von Chris Metzen selber verwiesen, den ich euch auch unten nochmal verlinke in der Beschreibung, wo ja eben genau das gefragt wurde. Mr. Metzen, wir geraten da immer wieder aneinander. Wie ist das denn? Ist das Betrug, wenn du einen Magier, Schamanen, Hexenmeister herausforderst und er zaubert dann? Wie ist das? Und Metzen meinte, ey, eigentlich sollte das nicht wichtig sein. Ich hatte damals diese Badass-Idee von diesem Makura und wenn du einen Zauberwirker herausforderst zum Duell um Leben und Tod, dann musst du damit rechnen, dass du den Chaosblitz in die Fresse bekommst. Und irgendwie war dann jahrelang diese Diskussion weg. Und ich weiß nicht, jetzt haben vielleicht viele den Warcraft-Film nochmal gesehen, wo ja dann Gul'dan als großer Betrüger auch dasteht, wenn er Durotan da wegfetzt mit seiner Magie und irgendwelche Orks im Hintergrund auch brüllen, ey, Gul'dan hat betrogen. Aber da muss man ganz klar sagen, dass der Film in vielen Punkten einfach überhaupt nicht lorekonform ist. Und wenn ihr mit jemandem diskutiert über die Story und ihr versucht, Charaktere und deren Entwicklungen zu bewerten oder ihr versucht, euch an Old-God-Zitaten abzurackern oder welches Themenfeld auch immer gerade behandelt wird, sobald jemand den Film als Grundlage nimmt, hat er sich einfach disqualifiziert. Das muss man so klar sagen. Der Film ist keine sinnige Grundlage für eine Story-Diskussion. Punkt. Das wollte ich gern an dieser Stelle nochmal so dazureichen, weil mir nicht bewusst war, dass diese Info nicht standardmäßig vorhanden ist. Also gut, irgendwer tanzt immer aus der Reihe. Ist ja auch gar nicht schlimm. Aber das waren wirklich auffällig viele Kommentare, die in so eine Richtung gingen. Deswegen haut den Leuten künftig diesen Tweet um die Ohren und dann ist da vielleicht auch wieder Ruhe. Hoffe ich. Ja. Schwierig wird es dann, wenn Chris Madsen sich innerhalb der World Soul Saga umentscheidet. Aber Stand jetzt arbeiten wir mit dem, was wir haben. Und was wir jetzt haben, ist eine weitere herrliche Loreload-Folge, Freunde. Die ist an der Stelle nämlich zu Ende. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. 60 Folgen haben wir jetzt. Komplett geisteskrank. Vielen Dank für euer wundervolles Feedback, für eure Ausdauer, es so lange mit mir auszuhalten, für den herrlichen Support und einfach fürs regelmäßige Reinhören. Dankeschön. Checkt gern die Links in der Beschreibung und dann hören wir uns hoffentlich in den nächsten Folgen gesund und munter wieder. Macht es gut, haut da rein und tschau's.